So was ist hier? Warum macht er mir da so ein... Ich möchte hier einen Stein rein haben. So wie sieht's... also Gerüste kann man echt nicht genug haben. Die sind ja richtig cool. Da werde ich glatt mal noch mehr Gerüste bauen. Ich klicke dann einmal rauf. Dabei darf ich das nur rüberziehen. So. Dann brauchen wir jetzt noch mal ein paar mehr Gerüste. So und wir müssen gleichzeitig auch wieder Holz farmen. Wo geht's hier hin? Okay. Dann möchte ich das hier noch... Leitern, Gerüste, Betten. Wir haben 5 Betten. Die müssen wir echt bald mal aufstellen. Es könnte natürlich sein, dass das jetzt hier schon als Haus zählt. Dann müssen wir mal probieren, ob wir hier ein Bett aufbauen können. Bett, 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 Bett. Schwarze Säule. Möbel natürlich, Mann. Bett und Totem würde ich auch gerne noch mal testen. Ob das jetzt funktioniert mit dem Totem. Hier unten ist auf jeden Fall ein Raum. Da können wir das hier anbringen. Dann können wir hier vielleicht... Nicht möglich hier zu bauen. Kannst du mir hier ein Bett bauen? Nicht möglich hier zu bauen. Er hat mir hier... Äh, nein, nein, nein. Ein Tisch gebaut. Warum auch immer. Ein ferner Tisch. Achso, das ist der, der da runter gefallen ist. Nein, lass Tisch stehen. Äh, und bau mir hier noch Stein rein. Okay, ich sehe schon, ihr habt hier Probleme beim Basteln. Da wollte er am liebsten eine Leiter, wenn ich das richtig verstehe. Ob ihr da bauen könnt. Ah, okay. Und da kommt ihr auch nicht hoch. Da kommt ihr nicht hoch. Okay. Dann werden wir euch mal hier ein Gerüstchen bauen, damit ihr da weitermachen könnt. So, jetzt müssen wir auch mal da drüben wieder gucken. Was hier hinten passiert ist. Die kommen jetzt hier erstmal gar nicht groß weiter. Die haben das... Oh, guck mal hier. Schwarze Säule. Huhuhuhu. Und was noch? Jagdbuch erhöht den Schaden an Tieren. Äh, da wäre natürlich der Bogenschütze ideal gewesen als Jäger. Ja, die Bogenschützen sind schon alle... Dann müssen wir dem einfach den Jäger überhelfen. Tut mir leid. So, wie sieht's aus? Kommt ihr jetzt hier irgendwo ran? So, warte mal. So und so. Der kann weg. Hier können sie runterklettern. Dann mach mir doch mal hier. Weißt du, dass du die noch weg machst hier? Würde ich mich freuen. Ich werde euch auch ein Portal hier hinsetzen. Und dann könnt ihr hier den auch weg machen. Neue Rezepte. Bier. Die Produktivität der Zwerge erhöht sich nach einem guten Humpen Bier. Lecker. Und hier. Feuerball. Beschädigte... Beschädigt mehrere Feinde im Zielbereich. Oh, wow. Cool. So, wir machen hier weiter. Gucken, was wir hier mitnehmen können. Diesen Befehl werden wir mal wegnehmen. Und dann werden wir hier dies noch wegreißen. Komischerweise kommen jetzt alle Zwerge hierher zum Arbeiten. Runder Spiegel. Sehr schön. Gucken, ob hier noch irgendwo andere Schriften wollen rumfliegen. Nö. So. Oh, guck mal. Der ist rot. Der mag das gar nicht. Kein Komfort. Okay. Baut mir doch mal bitte noch mehr. Ups. 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 Und dann zack, zack. So. Auf jeden Fall hier noch einen. Wenn das irgendwie, wenn er es hinbekommt, würde ich mich ja sehr freuen drüber. Hier machen wir mal zu. Kriegt er es hin? Kriegt er nicht hin? Zu schwer? Doch, jetzt hat er da einen hängen gebaut. Okay. Hier einen hängen gebaut. Okay. Das können wir hier eigentlich weitermachen. Ja. Genau. Dann möchte ich, dass ihr mir hier und hier noch einen hinbaut. Wisst ihr, dann kriegen wir jetzt so langsam so ein bisschen Struktur rein hier. Und wir werden angegriffen. Ist schon wieder vorbei. Dass wir die mal wegnehmen. Achso. Und jetzt machen wir natürlich hier weiter. Das hier alles mal wegnehmen. Dann möchte ich hier zwei, äh, Stein rein. Dazu weg. Und hier auch Stein rein, Stein rein, Stein rein, Stein rein. Das weg. Tisch entfernen. Okay. Wenn es nun mal nicht anders geht. Fackel entfernen. Dann können wir hier oben... Möchte ich noch... Ups. Na? Möchte ich hier noch eine Fackel? Und hier eine Fackel? So ein bisschen Beleuchtung haben. Ah, okay. Den umbringen. Klar. Jetzt hier hinten aus. Der ist wahrscheinlich hier hinten auch durchgekommen. Eine Laterne. Ah, wie schön. So, hier werden wir jetzt mal kurzfristig die Geländer abreißen, damit wir da vorne weitermachen können. Gut, jetzt können hier natürlich auch Monster durch. Damit wir hier an unserem Haus weiterbauen können. Ah, bewirkt das Wachsen von mehreren Bäumen. Magischer Wald. Wie kann man... Wie können wir denn so einen Spruch basteln? Haben wir denn hier auch eine Spruchbastel-Manna-Abteilung? Hier? Guck mal hier. Magischer Wald. Wie können wir den denn bauen? Oh, da brauchen wir einen Haufen Zeug für. Okay, machen wir später mal. Gut. Dann bitte hier noch einen Stein und hier noch einen Stein. Dann das hier weg machen. Hier einen Stein. So. Oh, ein Buch. Erhöht die Geschwindigkeit beim Kochen. Was haben wir da? Ja, den schlagt ihr natürlich tot. Cool, wie ihr seid. So, sieht das jetzt ein bisschen nach Haus aus oder nicht? Komfortvilla. Na dann baut doch hier mal ein Bett. Zwerge schlafen nur in Betten, die sich in einem Unterschlupf befinden. Nicht möglich hier ein Blätterbett zu bauen. Was habe ich denn da jetzt... Was habe ich denn da jetzt wieder... Oh, jetzt regnet es auch noch. Ich finde das sehr gut, dass ich hier gebaut habe. Achso, warte mal. So. Dann müsste es doch gehen, oder? Genau. Kommt halt bloß nicht ran. So, den könnt ihr da weg machen. Hier soll Erde rein. So, und hier bauen Stein rein. So. Und jetzt... Ups. Nein, da soll noch ein Stein rein. Was ich jetzt überhaupt nicht verstehe... Warum ich da kein Bett hinstellen kann. Ach, jetzt verstehe ich, was diese Sterne bedeuten. Das sind doch diese... Hier von ihm. Diese... Hausmarkierungen, wa? So. Und das ist jetzt kein Unterschlupf, oder was? Machen wir mal hier nochmal Erde rein. Ich muss mal Erde da rein. Wo ist das Essen? Ich bin dann verhungert. Nein. Gib die was zu essen. Wir haben noch einen Tisch, oder? Tisch, 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 Tisch. Klar ist der Tisch hier, ist doch logisch. Oh, wir haben sogar zwei Luxusbetten. Na jetzt aber... Na jetzt aber so. Tisch. Für Essen. Ich stelle mal hier hin. Okay. Und Bett. Ich stelle mal hier hin. Nicht... Jetzt haut er da wieder die Steine weg. Ich fasse es nicht. Hier, mach ich den Stein rein. Hör auf da zu arbeiten. Ohhhh. Mach mir hier einen Stein rein. So. Achso, essen wollten die. Essen wollten die. Essen wollten die. Essen wollten die. Wir haben ja bestimmt Essen. Ach, hier. Guck mal hier. Hier haben wir jetzt. So. Packen wir euch mal hier alles mit Essen voll. So. Könnt ihr da auch was essen? Dann wäre ja eigentlich naheliegend, wenn wir dann die Tür vielleicht hier unten bauen. Ne. Nicht hier. Hier nicht. Hier nicht. Hier soll die Tür rein. Kriegt ihr das hin? Und dass wir hier die Tür rausnehmen? Achso, wenn ich jetzt nach dem Dach gehe, müsste eigentlich die ganze Wand nochmal eingerissen werden. Aber müssen wir vielleicht gar nicht, weil wir können ja das Dach noch in Mühe erweitern. So, warum latschen ihr jetzt hier rüber? Ah, weil da keine Tür ist. Okay, verstehe ich. Die Tür ist da unten. Ah, okay. Dann nimmt man das weg. Wo geht es hier lang? Das können wir ja erstmal zu machen eigentlich. Und das können wir auch weg machen. Okay. Dann bauen wir hier oben einen Stein rein. Und genau. Und dann möchte ich mal, dass ihr hier, dass wir hier im Prinzip eine Doppelwand bauen. Auf lange Sicht. Oh, beschwert ein Regenschauer. Damit könnte man ja auch die Zombies zum Sterben bringen. So. Ach nee, das sieht ja wieder so doof aus, oder? Das wollte ich ja nicht. Nein, ich wollte das nicht, dass das so doof aussieht. Aber hier, wenn wir mal das alles weg machen. Das war jetzt hier so eine Art Verstärkung. Die können wir ja lassen. Und dann brauchen wir auf jeden Fall noch. Ach so, die vier Steine haben wir hier schon markiert, dass wir hier noch einen Stein machen. Wenn nicht, dass die da runter fallen. So. Und dann. Ups. Ach so, jetzt habe ich ja hier wieder. Oh nein, das ist gar nicht so einfach. Weil ich wollte ja die Tür hier einbauen. So. Zu essen habt ihr da oben. Ihr wollt schlafen. Ja, ich verstehe das. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht gepackt, hier euch ein Bett zu bauen. Hier haben wir den noch. Also ich brauche den Unterschlupf, der darf nur bei Türen offen sein. Nur an Türen offen sein. Tür. Holztür. Hier einsetzen. So. Würde ich sogar die Werkbank jetzt nochmal entfernen. Das entfernen. Und hier einen Steinfußboden reinziehen. Da müsste man aber so langsam, müsste das doch dann in die richtige Richtung gehen, oder? So. So. Entferne Fackel. Ah, und hier wollte ich Sand rein tun. So. Dass wir das hier mit Sand auffüllen. So. Genau. Äh, genau. Nein, das nicht. Abhacken. Das weg. 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 Achso. Wisst ihr, was ich gerade sehe? Man könnte... Ne. Könnte man hier in dem Falle nicht. Immer noch unzufrieden hier. Gibt's doch wohl nicht. Wir brauchen auch noch viel mehr Steine, aber hier hinten kriegen wir keine mehr. Hier könnten wir aber auf jeden Fall, bevor wir die Steine... Wir werden mal die paar Steine hier, die werden wir uns mal noch holen. So. Die werden wir uns mal noch holen. So.